Der Wächter bläst vom Turm, die kleine oder die große Hausnummer oder der lange Entenschiss. Nur drei von etlichen Würfelspielen, die traditionell am Mutscheltag gespielt werden. Auch der Reutlinger Gemeinderat kam am Donnerstagabend wieder zusammen, um um das goldgelbe Traditionsgebäck zu spielen. Im Gerberstüble in Reutlingen trafen sich die Reutlinger Gemeinderatsmitglieder, um eine echte Reutlinger Tradition hochzuhalten, den Mutscheltag. Mit verschiedenen Würfelspielen wird traditionell an diesem Abend eifrig um die Reutlinger Mutschel gespielt. An den Tischen sind die Fraktionen dabei bunt gemischt und auch sonst kommt an diesem Abend nichts Politisches auf den Tisch. Hier wird gerade das Spiel die kleine Hausnummer gespielt. Wir fragen nach, ob es eine bestimmte Strategie gibt. Ich spiele ein bisschen auf Risiko, weil das gehört sich einfach so, damit es lustig ist. Wenn wir jetzt lauter Sicherheitsspieler haben, dann passiert ja gar nichts. Zum ersten Mal beim Mutschelabend des Reutlinger Gemeinderats mit dabei ist auch ein Mitglied der AfD. Welche Strategie wird hier verfolgt? Oh, gar keine, überhaupt keine. Ich lasse mich überraschen. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, hat es das Hotel Harmonie gegeben in Reutlingen. Das ist schon einige Zeit her. Etwas Platz für Sticheleien gibt es dann aber doch. Zum Beispiel als FDPler Hagen Kluck seinen Kollegen Helmut Treutlein von der SPD vorwirft, er würde sich mit fremden Federn schmücken, weil er den Sieg seiner Frau als einen gemeinsamen Sieg verkaufen würde. Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Also ich bin ja schließlich schon 46 Jahre verheiratet. Da würde ich ja wohl sagen können, dass wenn wir miteinander einen Gewinn haben, dass das für uns beide ein bisschen hilft, oder? Vielleicht ist das bei dir anders, auch bei mir wäre das so. Aber jetzt machen wir, wer möchte, bleibst vom Turm. Das ist noch ein deutlich spaßigeres Spiel. Der Wächter bläst vom Turm. Spar sich dann vor allem für Treutlein, denn Kollege Kluck bekommt den Würfel nicht vom Becher geblasen. Der Wächter bläst vom Turm gehört auch nicht gerade zum Lieblingsspiel von Oberbürgermeister Thomas Keck. Der Mutscheltag ist immer der Donnerstag nach dem Ebersten, Mitte in der Erkältungszeit. Und die ganze Stadt bläst ihre Bazillen schräg über den Tisch und auf die Mutscheln. Und ich habe extra meinen Fretessoup ausgelagert, damit ich nichts abkriege. Deshalb mag ich das Spiel nicht. Nachdem er die Mutscheln mit einer Serviette abgedeckt hat, hat er dann genug Huste, um den Würfel vom Becher zu befördern. Zur Mutschel selbst gehört von jeher auch ein deftiges Essen, klassischerweise ein Wurstsalat. Auch ein Bier oder ein Glas Wein passt hervorragend zum Mürken-Hefe-Gebäck. Einige Häuser weiter im Reutlinger Vis-a-Vis wird ebenfalls fleißig gemutschelt. Hier hatten sich die Reutlinger grünen Abgeordneten zum Wettstreit getroffen. Ich finde es total klasse, diese Tradition. Und ich freue mich riesig, dass ich heute da sein kann, weil ich habe viele, viele Jahre unsere Fraktionsklausur genau in dieser Woche gehabt. Und wir haben jetzt diese Klausur in den September geschoben. Das heißt, ich kann jetzt endlich hier beim Mutscheln dabei sein. Von daher freue ich mich da riesig drüber. Und auch am Nebentisch wurde gemutschelt. Hier hatte sich die ehemalige Oberbürgermeisterin Barbara Bosch mit dem Lions Club Reutlingen versammelt. Der Mutscheltag ist auch im Jahr 2020 eine gelebte Tradition, der die Menschen zum geselligen Beisammensein bewegt.